Diese Oberklasse BMW 335 steht hier zum Verkauf. Das gebrauchte schwarze Coupé bietet ein Höchstmaß an Reisekomfort. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 166.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Ende 2009. Das Coupé verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Kurvenlicht, Navigationssystem, Alufelden, Bordcomputer und noch vieles mehr. Das Automatikgetriebe überträgt eine stattliche Leistung von 286 PS auf die Straße. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017